Ah Mist, ich hab's verkackt. Ich auch. Oh. What the fuck ist das? Ich war überrascht, dass es funktioniert hat. Johnny, das war sehr gewastet. Ich weiß. Hat das auch funktionieren können? Das war noch mehr gewastet, aber... Wow. War das alles geplant? Es war anders geplant, um ehrlich zu sein, aber es hat ja funktioniert. Sehr gut. Das sind Spikes, ne? Was ist denn los, Alter? Mann, ey. Wenn du dort oben gegen die Decke springst, dann kriegst du ein bisschen Boost. Johnny hat auch Bock, einfach alles abzubekommen heute, was ich hab. Er lebt doch. Schade, Jakob. Oh. 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 Ich hab's gekostet, da kommt der an. Komm schon. Ich glaube gekostet, dass ich das Item geholt hab. Oh Gott, da war wohl ne Wand. Ich kam nicht mehr ran. Sehr viele Kran aus wie Jakob da an den Kisten vorbei ist. Auf der Map kann man so schnell werden, tatsächlich. Und wir kriegen es die ganze Zeit nicht hin. Du musst die ganze Zeit einfach nur hooken, ne? Ja, ne, du musst auch die Kanten treffen. Was ist denn jetzt los mit Johnny? Oh, ne. Du in deinem Shittrink getrunkenhaft gelaufen ist? Ich trinke gerne keinen Shittrink. Oh Gott, das war gefährlich. Oh, wann. Mann. Warum geht das denn nach unten? Ach komm schon. Wieso steht die denn gesteckt dort? Ah, fuck. Dann hat die gereicht. Oh, du hast meine Bombe zerstört, Richard. Hui. Das Ding kommt echt gefährlich. Ich weiß, was du meinst, Richard. Hey, muss das ausweichen oder so im Balkon? Die beide fliegen ja echt weiter. Ja, vorhin hat es ja noch so komisch gesprungen. Ach komm. Ach, Richard. Jaaaa. Es tut mir leid. Was wird denn das ja? Was war das? Was hat die gemacht? What the fuck macht ihr? Aber beide. Die waren richtig gut gerade, ja. Ups. Aber Johnny, du warst schon egal von daher. Immer noch besser. Ich will es nie. Ach, ach. Ich will auch mal nach oben mit gutem Speed freien kommen will. das tut hier noch jemand runter fällt küssen danke jakob nein ich konnte mich an sich gucken und dadurch bin ich nicht runter das hat niemand gerade gesehen keine sorge es kommt in deine fehlkompilation rein hat sie in kühlwunsch Das ist ja unglaublich. Wie kann denn das passieren? Heute ist ja alles möglich. Erster Platz von Johnny. Geht nach links runter. Es sind die beiden Radler. Wieso? Es gibt doch so ne Tasten namens Y-Long. Eigentlich nicht items, aber Johnny die ganze Zeit. Ich check das nicht. Komm. Was ist das hier? Der hat mich gerade getötet. Ach komm. Die Schleitern noch bekommen wir nicht so Snap. Die Schleitern noch wieder nicht mehr. Wow. Oh. 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 Stark Johnny. Ja lustig anzusehen. Hier musst du echt aufpassen. Hier kannst du sehr schnell sterben. Ja. Also wenn hier jemand trainiert hat, dann ist es Johnny. Das könnte klappen. Das hat geklappt. Ich weiß nicht was ich tue. Nein. Nein. Och komm. Ja die Kiste war interessant. Was ist das hier? Was tust du Richard? Du musst das Ding da treffen. Man kann das Ding da? Ja du musst schwingen. Nee du musst schwingen. Ich hab doch. Gedoppel hooked. Gedoppel hooked. Ich hab doch übergedrückt ey. die sind ja einfach... Ah Hatschein jetzt die Kisten einsetzen müssen. Also ihr auch meinig fallen. Oh. Ja, wann kommt der Hook? Gar nicht. Du musst dann mit dorthin, wo der andere hingeht. Das ist echt gemein an der Stelle. Danke. Was? Ich warte schon lange weg. Also eigentlich wollte ich ja alle einfri... What? No. Ein gutes Eisblock. Hast du nochmal gesprungen als Eisblock? Nee, da ist so ein Boost. Es war ein Boost. Du bist... Nein! Ah! Aber Jakob das Ohr eskelt heute drauf. Also... Ja. Bis jetzt. Aber es sah eben sehr gut aus, was du gemacht hast, würde ich mal sagen. Toll, das erste ist so was halbwegs gut war. Super. Aber man springt so hoch, Max. Danke. Jetzt geht's mit einer auf mich. Ich meine, man muss sich ja aufhalten. Ich würde gerne mal hier unten lang machen. Also es tut mir leid, dass du gestorben bist, weil... Ich habe die falsche Taste, ey. Oh, Gottes Willen. Ich habe den Sprung zu früh abgesprungen. Oh, Max! Max! Das ist jetzt nicht so schwierig. Das ist gar nicht mehr so viel schneller. Das ist gar nicht mehr so viel schneller. Dafür, dass es so viel schwieriger ist. Oh, ich habe es geschafft. Was? Diesen Sprung. Habt ihr nicht gesehen? Nee. Das ist einfach nicht ganz normal aus. Aber ich habe es aufgenommen, also keine Sorge. Gut. Es muss nur irgendwann mal jemand die Highlights zusammenschneiden, aber... Da kenne ich jemanden, der fängt an. Wenn ein Mögenmaterial vorhanden ist. Hey, ich werde einfach irgendwann mal jemand dafür zahlen. So 50 Euro oder so. Der das zusammenschneidet. Oh, oh Gott. Hey, auf Pfeiffer. Da gibt es doch Leute, die machen das für 5 Euro. Ach, Johnny. Das würde dir doch nie passen. What the fuck? What? Okay, Richard. Hast du geholt, der Kopf? Das war eine sehr gute Stelle. Mann, ich wollte das auch haben. Du bist halt als Erster da langgekommen. Aber nutzt du dich dran, wie ich dich gerade gewinnen lassen habe? Ähm. Verdammt. Mit wem redest du? Niemanden. Okay, Richard. Ich kriege diese Art von Sprech. Ist doch keine... Ist er von Doppelsprung. Ja, ist er mit der Schützenstelle. Oh, mein Controller geht kaputt. Da ist ein Hook. Oh, da geht es nicht weiter. Nein! Oh, das war so knapp. Herzlichen Glückwunsch, Jakob. Sorry, Johnny ist noch da. Johnny ist heute gut drauf. Ich will dich ja nur vom Gewinn abhalten. Ich verstehe. Weiß nicht, was das Säbel macht, Johnny. Ich glaube, ich hätte den Energy-Trink vorher schütteln sollen. Jetzt schüttelt er dich, oder? Nee, einmal kippen. Weil sie sich auf dem Boden Zeug abgelagert hat. Jetzt wird es jetzt eklig. Also übelst stark. Also entweder ich wäre richtig gut jetzt. Wenn du mit Speed kommst, kannst du dann da hoch. Und dann musst du auf die Stacheln aufpassen. Oh nein. Wieder verkackt. Boah, was? Wie? Oh, ich habe es verkackt. Pack, ich habe verkackt. Oh, ich war schon durch gewesen. Deswegen sterbe ich jetzt. Ja, ich habe dir das Ding noch hinterher geschickt. Das verdient. Aber ich hatte dich Stacheln jetzt so gut gemacht. Und dann habe ich verkackt, weil ich falsch umgeschwungen bin. Oh, ärgerlich. Was ist das hier? Tschüss. Was? Richard, du hast es überlebt? Doch, es geht, es geht. Da ist... Ach, komm schon. Da ist ein Dick. Ich habe keinen Weg, Johnny. Zeig mir den Weg. Ich hoffe, ich habe alle schliegen, aber ich nicht. Zeig mir den Weg, Johnny. Ich mache es, damit ich da bin. Pack. Was ist denn jetzt hier los? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ja, einfach mal mich nicht mit einer Rakete abschießen. Dann passiert sowas auch nicht. Und Johnny, ist das alles egal? Eiskalt. Voll einfach. Eiskalt weiter schwingt. Ciao. Stark, Johnny. Ah, dann muss ich einen Hebel erst mitnehmen. Ja, du musst einen Hebel mitnehmen. Was? Hä? Wo bist du rum? Du warst oben. Richard, du warst zu weit oben. Ach, come on. Ich bin schon an der Stelle gestorben, weil ich zu weit unten war. Es ist aber auch eine enge Kiste da, ne? Ach, komm schon. Oh, das hat schon gereicht. Dafür habe ich das so schlecht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich mich nicht mehr durchgekommen bin. Was? Wer hat gewonnen? Richard. Das ist ja verrückt. Ich bin halt ein Fixer oder so. Du fährst heute. Ach, ich werde mein Bestes geben. Okay. Ich gebe alles dafür, dass du die Runde jetzt gewinnst. Okay. Das heißt, du bombst mich nicht mehr weg? Ach, die mehr. Ich habe nicht gesagt. Ich glaube, du wirst angestattet, wenn man dich wegbombt. Wieso hat Jackpot die Kräger hinbekommen eben? Weil ich abgebrannt habe, damit ich meine Kisten auf Max schwenken kann. Ich meine, keine Ahnung warum. Ach, danke. Ach, ich wollte es in die andere Richtung machen. Also, wir sind wahrscheinlich eh zurückgekommen. Ich hoffe doch, oder? Ich wollte nichts sagen. Oh, ein gemeiner. Ja, ich dachte, du schaffst das irgendwie, dich nach hinten abzusetzen. Ich wollte... Warte, hier Max weg. Aber wie? Du warst hinter dem Ding. Du musst wieder nach vorne und die Dinger holen. Meine Kisten! Meine Kisten haben mich getäuschtet. Ich habe für Johnny das Ding abgefangen. Wobei, ich glaube, Johnny wäre so los und durchgekommen. Ja, der hat war schon aufgerufen. Ich habe ihn nicht mehr als Dinger drauf. Nein! Richard! Das wäre auch nicht einfacher, oder? Das Tempo ein bisschen rausnehmen und Richard wieder rankommt. Sehr gut. Moment, ich habe kein Item. Warum habe ich als einziger kein Item? Ich habe nur gehofft, dass ich die nicht jucke. Hat geklappt. Ich brauche auf jeden Fall ein Item. Nein! Doch nicht Richard! Ach, fuck. Habe ich doch geduckt. Ich bin disconnected aus dem Discord. Nein! Was ist passiert? Wollte eigentlich... Also mein Plan war, hinten lang gehen, den Boost mitnehmen, unten lang, und noch einen Power-Up mitnehmen. Hat nicht geklappt. Herzlichen Glückwunsch, Richard! Danke, 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 ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich hätte es hier nur einmal gewonnen. Ja, ne. Da müssen auch nie lange fackeln. Ich habe mich auch anders hingesetzt. Vielleicht ist es das. Ich bin kein Lächel-Lächer nur einmal gewonnen. Ist das auch gerade bei euch bei 0%? Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Bei mir rechts komplett. Also ich komme... Jetzt ist es bei 100. Johnny ist rausgeflogen. Ich sehe keinen Röding-Spring. Ich sehe keinen Röding-Spring. Johnny ist rausgeflogen. Ah, was machen wir denn da? Das ist schlecht. Johnny wollte sich nicht mehr Röding-Spring gewinnen lassen. Der Typ, wie da reinkommt, der das letzte Mal reingekommen ist, wo er rausgeflogen ist. Dann spielen wir mit ihm, oder was? Genau. Dann gehen wir alle raus. Oder? Hast du gerade echt gewartet? Ich habe die Gäste immer geschwellt. Ich dachte, das könnte eine zu lustige Situation führen. Kann ich dich Leute direkt einladen? Nicht heute schon. Heute heißt es nicht. Vor allem, die sieht man die, ne? Also wollen wir jetzt hier rausgehen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich Johnny irgendwen einladen kann aus dem Menü hier. Johnny redet aber auch nicht mit uns. Ich rede mit dich, oder? Johnny? Hallo Leute. Ja, jetzt rede ich über dich wieder. Hallo Leute. Jetzt wird irgendwas gerasselt bei Johnny. Ihr habt es wahrscheinlich kaputt gemacht, weil ich eine Nicht-Workshop-Webmap ausgewählt habe. Vermutlich. Ja, gehen wir jetzt raus, oder was? Ja, geht mal raus. Bis ich machen raus geht. Dann gewill ich kurz und dann gehen wir raus. Warte, noch bis zur Sch... Okay. Moment. Johnny jetzt hätte ich gedacht, dass er Probleme hat. Ah, Johnny. Ja, Richard, du stehst jetzt dreimal bei mir drin in der Liste. Sehr gut. Das ist wirklich nicht. Ich geh auch ganz so mit, oder? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Na ja. Geht's wieder besser, aber... Haben wir eigentlich Regeln für alles entscheidende Runden und dann fliegt jemand raus? Pech gehabt, oder? Ja. 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 Alles entscheidende Runde ist die alles entscheidende Runde. So, Richard, einer von den dreien muss noch joinen. Es sind jetzt drei Richards in deiner Liste. Ja. Kannst du mich nochmal einladen? Ich will jetzt in Teams spielen. Ich hab dich dreimal eingeladen. Wollen wir jetzt in Teams spielen? Kann man mal machen, eigentlich, oder? Nee, Teams sind langweilig. Es geht wieder so lange. Okay, dann... Ach, Richard. ...wieder so mit jemandem. Ich wüsste auch nicht, was das hier ist. Ich will doch nur noch eine alles entscheidende Runde spielen. Ist die jetzt noch da? Ich starte das nochmal neu, aber das ist die mehr. Vielleicht, weil ich Leak im Hintergrund auf dem Hof. Stimmt, irgendwelche bösen Dinge machen. Leak sagt, nee, du darfst kein Spiel anders spielen. Spiel Leak. Ach, Steam aktualisiert sich erstmal. Ach, Richard. Ist das mit los? Nö. Steam startet. Und dann muss Max mich nur noch einladen. Bin ich viermal dann? Ja. Gut. Kommst du jetzt rein, Richard? Ja, oh. Oh, Christ. Nee, ihr wisst, wisst ihr, was passiert ist? Ich wollte meinen Controller hochheben und er ist auf die Y-Taste an die Tisch unerkannt gekommen. Genau. Wer kennt's hier, ne? Nicht im Stand, den Spiel beizudrehen. Das Spiel existiert nicht mehr. Alter. Okay, ich lade jetzt den, ich lade jetzt den fünften Richard ein. Ey, ich bin doch da. Das kannst du gar nicht machen. Wie geil. Oh Gott, ey. So, vergesst nicht, die Regel einzustellen, Max. Ist das jetzt quasi die alles entscheidende Runde oder noch nicht? Das wurde noch nicht ausgerufen von irgendjemandem. Nee, von mir? Nee, es gilt erst, wenn wir hier drinnen sind, alle. So. Wenn jetzt jemand sagen würde, das wäre die alles entscheidende Runde, wäre das die alle entscheidende Runde. Ja, das ist wohl die alles entscheidende Runde. Dann ist das wohl die alles entscheidende Runde. Dann ist das wohl die alles entscheidende Runde. Wer will gewinnen? Ich würde gar nicht mal gewinnen. Er ist ein Schauter, der ist, dass der Spiel in meinen Dings drinnen. Das ist die Gitarre. Geht aus ihm nach links. Dann spielen wir mit, äh, wer ist das Stun-Gedänts? Hey, was? Achso. Du musst LB machen. Ich habe keine Ahnung, was meine Taste ist. Mein Tornten. Ja, wir spielen mit Tornten, natürlich. Ich meine, das ist auch die alles entscheidende Runde. Die Regel war, wir spielen erst mit Tornten, wenn jemand Tornt. Tornt. Wann hat Tony getornt? Wann eben gerade? Hattest du dich gesehen? Der war ja. Der ist gestorben. Aber Johnny bricht immer ab. Das finde ich ein bisschen unfair. Was? Tornt. Wo ist meine Taste? Tornt. Johnny, du musst doch tornen. Was? Ja, Richard, du musst noch tornten. Ich weiß nicht, was tornten ist. Deine Schultertaste recht. Sie sind da gerade gestorben. Das hier? Ja. Ja. Okay, ich habe sie gefunden. Johnny, warte doch mal. Ich weiß nicht, warum ich gestorben bin. Ich war nach vorne und bin runtergefahren. Ich glaube, ich muss jetzt schon nie aufhalten. Ich glaube, ich muss jetzt schon nie aufhalten. Sie ist auch ein Sieg frei ohne Tornt, aber. Ja, einmal darfst du ja. Aber sie an, los. Ich bin schon zum zweiten Mal in den Scheiß-Stacheln gestorben dort. Und herzlichen Glückwunsch. Ja, das tut mir leidlich. Ich mag es richtig, danke. Das ist ja schön. Einfach nur Zerstörung. Oh, wow. Also, alles nettes, ja. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich gewonnen mit dreimal Tornten, weil ohne Tornten das machen eine Pusse ist. Und in dem Sinne, eine gute Nacht. Und wir sehen uns in der Liga der Legenden.